Ja, was sind die besonderen Momente, die ich bei DENKMIT erlebt habe? Auf jeden Fall das Zusammenarbeiten mit dem Team, mit den einzelnen Eltern, mit den Kindern, dieses Zusammen an etwas Großem arbeiten, sich in Herausforderungen zu stellen und Hand in Hand durch den Weg zu gehen, das ist einfach was ganz Besonderes bei DENKMIT, sich unterstützt zu fühlen und auch die Stärken, die man hat, werden gesehen, werden in seinem Potenzial gefördert, das ist super. Ja, was wünsche ich denn heute für die nächsten 30 Jahre? Auf jeden Fall, dass die Teams weiterhin motiviert sind, sich gegenseitig inspirieren, dass wir den Kindern die bestmögliche Begleitung geben können und einfach eine Hand schatten, wo sich die Kinder wohl fühlen, wo man gut mit den Eltern zusammenarbeitet und dass wir auch immer wieder up-to-date bleiben, dass wir uns da weiterentwickeln, unsere Pädagogik vorantreiben und einfach ein Wohlfehlort für Teams und auch für die Kinder und Eltern darstellen.